Konkurrenz für die ARD Das man künftig auf mehr Nachrichten setzen wolle, nun schaltet RTL mit Jan Hofer in den Angriffsmodus. Wie der Sender nun publik machte, soll das neue Format, das Jan Hofer moderieren wird, auf den Namen RTL direkt hören und ab dem 16. August jeweils montags bis donnerstags um 22.15 Uhr ausgestrahlt werden. Zeitgleich zu den Tagesthemen der ARD also. Neben dem einstigen Chefsprecher der Tagesschau wird auch eine ehemalige ARD-Kollegin von ihm durch das Magazin führen. Im Laufe des Jahres wird auch Pina Atalay, die bis vor kurzem selbst noch die Tagesthemen einsprach, zu RTL direkt stoßen. RTL direkt ist nicht einfach ein weiteres Nachrichten- oder Talgformat. Die Sendung verbindet das Beste aus beiden Welten. Wir freuen uns sehr, dass wir neben Jan Hofer auch Pina Atalay für die Moderation gewinnen konnten. Die beiden werden die Menschen kompakt, direkt und verständlich auf den neuesten Stand bringen. Damit sie bestens informiert und durchaus auch mit einem Augenzwinkern in die Nacht verabschiedet werden, so Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL News. Die Einführung des etwa 20-minütigen RTL direkt wird damit im Übrigen einige Programmänderungen nach sich ziehen. Sowohl extra am Montag als auch Stern-TV am Mittwoch werden damit erst später gezeigt. Ende August soll Pina Atalay zudem mit Peter Klöppel das erste TV-Triel zur Bundestagswahl moderieren. Jordan, Letzterlich, devo rein! 뉴스, Untertitelung des ZDF für funk, 2017